Für den Tennisnachwuchs im Berliner Süden ist die Tennisakademie Vasquez-Jadke ein fester Termin im Ferienkalender. Rund 60 Kinder und Jugendliche von ganz klein bis nicht mehr ganz so klein trainieren auf der Anlage des BTTC Grün-Weiß eine Woche lang Tennis, Taktik und Motorik. Ob Anfänger oder angehender Leistungsspieler, in der Tennisakademie ist für jeden was dabei. Wir haben teilweise hier welche, die jetzt bei der Berliner Meisterschaft gute Platzierungen erreicht haben. Bei uns in Kampen waren auch ehemalige Deutsche Meister oder Berliner Meister, die mal bei uns Tennis-Camps gemacht haben. Aber es ist auch, wie gesagt, eher auch für Breiten, für Leute, die das kennenlernen wollen. Und wir versuchen eigentlich alles abzudecken. Um jeder Altersgruppe und jedem Leistungsniveau gerecht zu werden, kümmern sich neben den Campleitern Diego Vasquez und Marc Jadke zehn weitere Lizenztrainer um die Tennis-Kids. Und die sind mitunter äußerst ambitioniert, so wie der zehnjährige Raphael, der sich vom Tennis-Camp einiges verspricht. Ich habe mir vorgenommen, hier beim Tennis-Camp sehr zu trainieren, weil ich dann dieses Wochenende ein Kulsch gehabt habe, das ist ein Turnier, das spiele. Und ich habe hier dann ganz viel für den, weil ich habe noch nicht so viele Turniere mitgespielt. Und da will ich heute dieses Mal dann gut abschneiden. Ein Vorbild für seine ehrgeizigen Ziele findet Raphael übrigens im eigenen Verein. Der 15-jährige Alessio ist im April deutscher Mannschaftsmeister geworden und erinnert sich noch gerne an seine Zeit in der Tennis-Akademie. Ja, war schon cool, weil ich hatte viele Freunde auch da und habe mit denen dann immer trainiert, die auch älter waren als ich. Ja, und das Camp macht schon Spaß, weil auch nicht nur Tennis gespielt wird, sondern auch mal Fußball oder Basketball. Abwechslung und vor allem Spaß stehen bei diesem Trainingslager ganz im Mittelpunkt. Nach dem Mittagessen wird auf dieser Wiese ein Zeltlager entstehen, denn vor dem Abschlussturnier am letzten Tag wird gemeinsam im Camp übernachtet. Träumen ist in dieser Nacht übrigens ausdrücklich erlaubt. Zum Beispiel von der großen Tenniskarriere. Und auch vielleicht mal in anderen Städten, zum Beispiel wie Leipzig oder so, auch mal Turniere spielen. Ich möchte mit dem Tennis erreichen, neben dem nächsten Jahr. Ich möchte Profi werden. Ich würde gerne Weltmeister werden natürlich. Na dann mal fleißig weiter trainieren. In der Tennis-Akademie Vazquez-Jadke beim BTTC Grün-Weiß in Lichterfelde. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!